ich finde es toll dass du gesagt hast dass du das gerne spielst was ist denn das hier dieses weiße was ist denn das zwecke noch mal was warten da ist nichts in der zimmer gelatscht da oben ist auch irgendwas was ist das kann man das mitnehmen es geht weg okay jetzt reden wieder hast du jetzt den platz gefunden ja jetzt musst du die scheude aber auch noch bauen den leichten teil hast habe ich mir bis zum schluss aufgespart macht ihr keinen kopf ich habe noch material übrig dass ich nicht brauche kannst ruhig haben das okay und dreck kann man haben das sollte für den anfang reichen zumindest für eine kuh die macht nur eine kuh so soll das bei farm fan vorbeischauen und dann beim bürgermeister noch was hat sie mir gegeben grauer holzblock rote dach und dann hammer und noch mal 500 warum ach so ja die hat natürlich jetzt einen haufen kürung land ja das stimmt von der die war es die scheinen jetzt brauchen wir schon ja dann zwei kürz jetzt trainiert sich auch voll für eine kuh zwei schräge zu kaufen ja naja in eine ja weiß ich bin kein bauer ich bin ich damit aus kennst du dich mal wieder nicht aus interagieren beliebige ich habe doch beliebige blöcke oder doch doch immer alles gekriegt ja ja wir haben alles bekommen ich brauche muss nur kurz man sich rein ich brauche das durch kursieren einfache scheune dach beliebige blöcke fehlt zwar ein du musst ein tabulator taste drücken und dann muss das dann eine hotbook einlegen was muss ich habe ich habe doch beliebige blöcke hier steht beliebige blöcke fehlt was finden blöcke wie kriegt die her war da mal wie viele blöcke hast du ich habe 50 graue und 50 rote dach fließen das lang doch ja habe ich auch blau pause für leeren drog wir haben alles eigentlich ich kann nichts herstellen ich brauche zwei dröge und ich brauche blöcke da muss ich jetzt kaufen ich habe die fast blöcke die hast du wie hast du dich hast du schon das sind blöcke dass ihr grauer holzblock ja aber ich weiß nicht wie ich damit wie ich dem sagt dass das muss ja noch gucken aber wir müssen erst zu fahren ach so wahrscheinlich ja vielleicht muss man erst mal zu ihr gehen da hast du recht jetzt zwei fall du hast heuer ballen in der hand okay ich habe eine schaufel in der hand wir sind ja auch bauern wenn zuckst du vorm film ach da vorne ist die blume alle lampe die steht genau vor dir die ist dies er oben im zimmer wo bin ich denn stell dir vor du bringst nichts ab und plötzlich steht eine kugel direkt bin ich denn ach war auf jeden fall eine überraschung die kann die dabei helfen eine scheude zu das ist doch zu alicia wo ist sie denn oben ja wir müssen doch zu alicia warte mal ich will erst mal mit ihr reden da ist jedoch stell dir vor du biegst nicht du biegst nichts ahnend ab und plötzlich steht eine kuh vor dir und die macht nur die kuh die macht nur du solltest alicia aufsuchen ja das jetzt haben wir ein herzchen bekommen und herzchen heißt wir haben da eine beziehung aufgebaut und er ist einfach gegangen ohne auf mich zu warten natürlich es könnte ein bisschen voller sein das ist doch ein bisschen leer hier was genau magst du da das ist schon voll hier da kommt wieder die mit dem mit dem stock ok was er hier war guck mal sagen es war dafür moin da wir kommen zu einer neuen folge mit mir zu heute mit mir ist hi er spielen wir stark soll ja und das geht jetzt ach so wir mussten wir wollten doch mit alicia reden es fehlen blöcke wir müssen mit alicia reden bitte wir gehen nach alicia alicia es ich habe blöcke ja aber wir müssen das wahrscheinlich erst freischalten lass uns doch einfach ein bisschen rumlaufen ist doch schönes wetter hallo blume hier so eine grille hallo tj macht ihr kein kaufmaterial übrig das braucht das heißt die fertig bin ende fertig bis sie will diese kurzen schnell loswerden also wie macht man überhaupt meine scheune warte ganz kurz wie baut man eine scheune in die fragen staxe okay besondere flächen es gibt sie in allen farben markierungen haben wir ja wir brauchen weißt du was wir müssen einfach dass wir müssen wir müssen ich weiß ich weiß es wir brauchen du bist jetzt da einfach hin zu der scheune und da einfach ein bau einfach selber die scheune blöcke bei mir fehlt noch was erkennt es nur nicht dass du das da hat immer zurück wo bin ich denn ich sehe mich immer nicht oscar alicia wo ist denn so wird er mir nicht angezeigt ich glaube ich auch falsch na es wäre schön jetzt hier norden süden westen osten geben dad maximilian wo ist denn meine farm hier ich bin gleich wieder da ja ja wie kann ich denn das jetzt bauen hier also so dunkel ich gehe jetzt mal schlafen und schon fertig naja jetzt hat minecraft erfahrung ich lege mich hin ich baue jetzt auch die nacht durch ach so ja wie baue ich denn jetzt ich habe doch das net was muss ich denn jetzt da machen graben muss ich graben oder was ehrlich gesagt weil ja wie hast du das jetzt gebaut einfach so wie den freestyle freestyle interagieren ich bin ich bin fertig alles ich geh jetzt vor allem war diese scheiße ich mache mit sich dann braucht ein dach wie die baue blöcke nennt man dach also das ist übrigens sternen staub ich hab da reichen staub jetzt schon gar nichts gekriegt wie immer so schauen wir mal gelbes blütenblatt ich habe einen hammer ich habe hier einen leeren druck zwei leere drücke ich brauche aber vier ich würde sagen das war's mit dem video bis zunächst mal schlafen gehen wir schlafen gehen ja das dann gehen wir mal darüber so ja hier leere drücke ich mich kurz pflanzen die zum pflücken bereit sind haben einen grünen rand klicke aufwachen also ich werde jetzt aufgehen okay jetzt regnet es wieder gespeichert ist schon bitte jetzt nichts machen was dann gehe ich aber rein sonst wird die ganze zeit nass hier kann ich ja hinsetzen okay fast würde ich sagen falls aber hier runter optionen kann man irgendwo noch hier speichern warte hauptmenü passt okay das ist schon hauptmenü sich rausgehen ja bitte ach da ist es tagebuch zurück zum spiel nach hause bist du sicher dass du nach hause ja ich möchte noch aber ich bin doch schon zu hause was spiel verlassen nach hause nein zurück zum hause nein du musst escape und dann eine hauptmenü ach so mitwirkende partway steampunker sind es deutsche oder was mamba hat denn das überhaupt noch aktualisiert ok aufnahme beenden und dann auch